Hier eine Frage ohne vorgegebene Antwort. Welche ist die größte Primzahl, die 10 hoch 22 plus 10 hoch 23 plus 10 hoch 24 teilt? Um das herauszufinden, werden wir diese Summe in Primfaktoren zerlegen. Also wir faktorisieren diese Summe. Zuerst können wir 10 hoch 22 ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann 111. Diese Basis 10 schreiben wir um in 2 mal 5 und somit erhalten wir dieses Produkt. Also haben wir 2 hoch 22 mal 5 hoch 22 mal 3 mal 37. Also so. Jetzt schreiben wir dieses Produkt noch um in aufsteigende Reihenfolge dieser 4 Primfaktoren und erkennen sofort, dass 37 der größte Primfaktor ist. Also ist die Endantwort auf die gestellte Frage 37. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik Olympiade beantworten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.